Marburg Views, ein virtueller Rundgang durch Marburg. Kalbstor Das spätromanische Kalbstor gehört zu der Stadtmauer um 1235. Sie wurde um die gesamte westliche Vorstadt errichtet. Auf der Westseite, an der sich auch das Kalbstor befindet, ist sie fast vollständig erhalten. Seinen Namen verdankt das Kalbstor der Familie des Ritters von Kalb, die für die Bewachung des Stadttors verantwortlich zeichnete.